Umschieb jetzt! Umschieb jetzt! Das müsste Gehörtraum sein. Die Herren mit den Limousinen sind ja inzwischen auch eingetroffen. Ich weiß nicht, ob Sie das durch die getönten, hochgezogenen Fensterscheiben hören werden. Wir machen jetzt unsere Aktion, die wir gestern schon ein bisschen geübt haben. Die Banner und alles könnt ihr im Moment hier lassen oder auch mitnehmen. Danach kommen wir zurück und dann kommt noch eine Botschaft aus Davos von Henning Zierock, der auf der Veranstaltung der Davos Weltwirtschaftsforum zugegen war und unsere Ideen und Kritik eingebracht hat. Und um 10 Uhr machen wir hier noch einen spektakulären Schwabenstreich, der bis in die Etagen des Aufsichtsrats zu hören sein sollte. Also bis gleich, beziehungsweise bis zu unserer Aktion da drüben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.